Hallo, ich bin Liliana aus Regens und bin die Regierende Mrs. Austria. Meine Familie und mein Sohn ist meine liebste Beschäftigung. Ich mag ja auch nebenbei sehr gerne Mode schauen, gehe natürlich auch sehr gerne shoppen und tanzen. Was für mich noch wichtig ist, ein glückliches Familienleben und vielleicht noch weitere Kinder.